Für eine Million Euro bekommst du ganz viele verschiedene Corn Flakes, Fanta White Peach & Grape aus Japan, Fanta aus China, und noch mehr Fanta aus China, Fanta Juicy Apple aus Japan, Cola Peach aus China, verschiedene Dr. Pepper, die Dreh- und Trinkgetränke aus der Kindheit, natürlich die beliebten Samyang-Ramen, die Samyang-Carbonara-Sauce und das Tartschin-Gewürz, natürlich ganz viele verschiedene Nerds, Nerds Robs, Nerds Gummy Classes und Nerds Twisten Mix, ganz viele von den Kindern Creamy, Kit Kat, Oreo Wafer Rolls, verschiedene Oreo aus China, Bubble Tea zum selber machen, Warhead Sour Gel und Warhead Sour Spray, natürlich die Takis Blue Heat und Hot Nuts Griego, verschiedene Sour Patch, M&M's, Leffi Taffi, Airheads, nochmal Kit Kat, Twinkies Popcorn, Hot Kid Ball Cake, Sauer Punch Bites, Schokobongs Krispy, Pukupukutai, die sauren Gurken, Oreo Caramel, Moon Pie, Tree Trunk Cookies, Wassereis, Hot Chip Challenge und Hershey's, viele verschiedene Hostess-Produkte, ganz viele gefriergetrocknete Candies und noch viel, viel mehr.